Hey, heute Abend wieder mal hier in ein, kein Stream, aber einfach mal ein Canvas Video. Was ich so mache und sowas, naja egal, nur machen wir einfach, wie es so weiterläuft. Ich hoffe, ihr könnt mich eigentlich hören, auch von früher habe ich so Videos und sowas gemacht. Natürlich habe ich auch früher so schlechte Videos gemacht. Ich habe nie gewusst, wie man Videos macht. Naja, okay. Damals wusste ich auch gar nicht, wie man Videos macht und wie man das vorbereitet hat. Ich hatte was früher nie gekannt. Ich versuche es jetzt eigentlich, ein normales Video zu machen. Versuche es auch richtig zu machen. Wenn es nicht kann, dann kann ich es nicht. Wenn es kann, kann ich es nicht. Das ist mein Wunsch. Das ist auch wirklich die Wahrheit über alles. Ein YouTuber zu werden, wie andere auch. Es ist ein bisschen schwer, aber müsste gehen. Also es ist natürlich wirklich mein Wunsch YouTuber zu werden, wie andere es auch sind. Und andere sind ja YouTuber und die machen halt sehr schöne Videos, gute Videos. Die machen Livestream. Die machen Videos von Spielen. Und naja, es ist eigentlich mein Wunsch auch YouTuber zu werden. Und so zu zeigen, was ich so mache. Und ja, wie ich jetzt... Es gibt ja auch Videos von Menschen, die pranken sich gegenseitig. Die machen so Spaß oder sowas. Sowas habe ich eigentlich auch vor, aber das habe ich erst vor, wenn ich ein bisschen mehr Ahnung davon habe. Ich habe ja jetzt nicht so viel Erfahrung davon, weil ich das früher nie gemacht habe. Ich habe Videos gemacht, einfach nur dumm gelabert und einfach so halt einfach sinnlos habe ich das gemacht. Da dachte ich einfach, ja komm, mache ich das mal. Gucke ich mal, ob das gut ist. Früher dachte ich, ja, ist doch gut. Ist eigentlich ganz gut. Habe ich auch geschrieben. Das ist mein ganz alter Account. Ich laber Bullshit. Das war doch nicht laber Bullshit. Hashtag 2. Dann war da noch Ando. Das ist alles auf meinem alten Account gewesen. Vielleicht kennen ein paar Leute das Video. Ich bin mir ganz sicher, das hat auch kein Abonnenten. Das ist so scheiße und natürlich, ich will es auch gar nicht mehr haben, diesen Account. Deswegen habe ich einen neuen Account befestigt. Ich werde da jetzt nur noch ein bisschen zeigen, wo ich überhaupt bin. Ich bin gar nicht. Ich bin nicht mal hier in Deutschland. Ich bin komplett ganz woanders. Ich bin in Georgien und ich habe jetzt auch schon zwei Videos drauf geladen. Einmal habe ich die Kurzvision, einfach nur wo ich einmal drauf bin. So ein Video. Und dann habe ich die Vollvision mit den ganzen Fotos. Das sind alles nur Fotos mit mir zusammen. Und von dem ganzen, von dem Land hier nicht. Den ganzen Land. Von der Stadt. Von der Stadt. Ja. Davon habe ich das einfach nur gemacht. Das ist die Vollvision gewesen. Natürlich mit Musik ein bisschen zu entspannen. Zu gucken, wie das da eigentlich aussieht. Habe ich eigentlich auch jetzt einfach so gemacht. Und natürlich gucke ich, ob das auch gut ist. Wenn es gut ist, passt es. Wenn es nicht gut ist. Es ist halt leider ein bisschen gut. Naja, ich hoffe eigentlich, ich könnte das hin. Es ist natürlich mein größter Wunsch, dass ich das mache. Bloß ich habe ein bisschen Probleme. Wenn ich ja nicht bin, das mit Zusammenschneiden. Das mit Zusammenschneiden ist das größte Problem, was ich habe. Weil ich finde keine einzige App, wo ich die richtige App dafür finde, wo ich das alles schneiden kann. Zubereiten kann. Mit dem ganzen anderen Dings. Ich bin gar nicht... Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich rede. Ich weiß nicht, wie man solche Sachen vorbereitet, zuschneidet, hinzufügt. Ich habe das jetzt alles hier auf mein Handy eigentlich gemacht. Auf mein Handy weiß ich das ja. Ich habe da ja eine extra App dafür. Ich kann dir aber zeigen, wie die aussieht. Das ist eine App. Sie sieht so aus. Dann geht man rauf und dann kann man hier die ganzen Sachen bearbeiten und sowas. Dann kann man neue Projekte unten erstellen. Hier. Wo gehe ich denn jetzt rauf? Hier unten bei das blaue. Da gehe ich einfach rauf. Dann kann ich hier Fotos aussuchen und sowas. Dann kann ich ein neues Projekt und sowas aussuchen. Das habe ich natürlich auch vor. Bloß das ist ein bisschen... Naja... Das ist einfacher, als das, was ich auf dem Laptop habe. Das, was ich auf dem Laptop habe, ist ja komplett anders. Weil natürlich das ist komplett falsch, was ich auf dem Laptop runtergeladen habe. Weil auf dem Laptop finde ich nicht diese App. Wo ich sie selbst gesucht habe. Ab sie nicht. Da kann es nur irgendwas anderes. Video zusammenschneiden. Keine Ahnung, irgendwas. Naja, ist mir jetzt eigentlich auch sowas schon egal. Einfach geh weg. Naja. Manche machen ja auch so. Die spielen. Die spielen auf dem Laptop. Oder auf dem PC. Aber die nehmen das auf. Die nehmen komplett das System im Bildschirm auf. A. Ich weiß nicht, wie man es macht. B. Ich weiß nicht, wie man oben längst sein eigenes Bildschirm reinschneidet. Oder reinkriegt. Weiß ich alles nicht. Das werde ich ja langsam alles lernen. Ich werde jetzt alles komplett gucken, wie man das macht. Aber naja, okay. Gucke ich einfach mal, wie das alles wird. Und wenn das geht. Dann werde ich das auch selber machen. Aber ich brauche natürlich. Ich brauche eure Unterstützung. Eure Hilfe. Falls ihr Ideen habt. Oder irgendwelche anderen Sachen. Schreibt das unten in die Kommentare. Welche Ideen. Oder wie man es macht. Oder irgendwelche Sachen halt. Wie man das halt zuschneidet. Bearbeitet. Und halt. Ich mache das mit. Schicken auf Youtube. Das ist sehr einfach. Dann muss ich hier einfach einen Titel eingeben. Dann gebe ich einen Titel ein. Und fertig. Das ist einfach. Aber sonst. Natürlich. Kriege ich ihn. Also. Naja. Gut. Das ist jetzt eigentlich nur die Sachen, die ich sagen wollte. Mehr nicht. Naja. Eigentlich wollte ich noch sagen. Ähm. Dass es mir auch Spaß macht. Eigentlich Videos zu machen. Aber. Das einzige Problem ist. Ich habe nie Ideen. Was ich machen kann. Oder. Ich habe immer Lust. Videos zu machen. Aber dann. Wenn ich ein Video gestartet habe. Dann weiß ich gar nicht. Worüber ich reden soll. Das nervt mich. Ich brauche Ideen. Ich brauche wirklich Ideen. Was ich machen kann. Natürlich. Ich wohne alleine. Ich bin nicht. Ähm. Mit irgendjemand anderes hier. Ich bin alleine. Ähm. Ich brauche einfach Ideen. Was ich alleine machen kann. Ob ich eine Roomtour machen soll. Oder ob ich irgendwie von draußen irgendwie Videos machen soll. Oder Fotos. Oder alles in einem Video machen soll. Ich weiß es nicht. Oder soll ich irgendwas machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fange aber erst von klein auf an. Und langsam langsam gehe ich dann nach oben. Ich kann nicht einfach von oben nach. Von oben noch mehr nach oben gehen. Das geht nicht. Ich kann. Einfach. Eigentlich nur von klein auf. Nach oben. kann sein. Wenn ich oben bin. Dass ich wieder runter gehe. Und dann wieder nach oben gehe. Kann sein. Weil. Das Problem ist. Ich kann nicht jeden Tag. Videos hochladen. Oder irgendwie jeden Tag. Weil schon kann ich in der Woche zweimal. Videos hochladen. Das ist eigentlich auch normal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zwei oder dreimal in der Woche kann ich vielleicht Videos hochladen. Ich müsste es dann machen. Ich brauche aber erst mal eine Kamera. Ich werde mir eine Kamera besorgen. Das werde ich jetzt als allererstes machen. Und natürlich eine Wasserkamera werde ich mir besorgen. Eine Wasserkamera die hoffentlich gut ist und nicht kaputt ist. Wenn sie kaputt ist. Wenn sie kaputt ist. Wenn sie kaputt ist. Boah. Ich bin auf dem Kopf. Was gelabert. Egal. Kurze. Gehirnsicherung durchgeknallt. Ich habe irgendwas gelabert. Egal. Kommen wir wieder zur Sache. Ich besorge mir die Kamera. Ich besorge mir einen zum Hinstellen um Videos zu machen. Dann besorge ich mir noch irgendwas anderes. Ich habe natürlich einen Hintergrundspiegel. Perfekt. Ich brauche genau einen Spiegel für den Hintergrund. Dann werde ich noch. Egal. Dieser Schrank ist einfach da bleiben. Fertig. Ist eigentlich auch keine große Sache. Schrank kann bleiben. Ich bin im weißen Schrank. Okay. Ein bisschen Metall hier vor. Aber das reicht eigentlich. Und naja. Gut. Ich rede jetzt nur. Wie ich mich vorbereiten will. Wie ich das alles machen möchte. Naja. Das war es auch schon mit dem Video. Mit der Kurz. Okay. Nicht Kurzvideo. Aber das reicht jetzt erstmal. Weil ähm. Ich habe einfach nur gesagt, was ich eigentlich haben möchte. Und mehr nicht. Äh. Was ich mir wünsche. Und was viele Ziele ich habe. Ich hatte ein Ziel YouTuber zu werden. Ich hatte ein Ziel. Das zu machen. Ich will es. Vom Herzen will ich das. Ich will es nicht abbrechen. Ich will es. Ich will es. Ich will es richtig. Bitte drückt mir die Daumen. Bitte drückt mir die Daumen. Bitte drückt mir die Daumen. Und abonniert. Auf dem roten. Auf dem roten. Auf dem roten. Auf dem roten. Und lasst ein Like da. Wenn es euch. Ähm. Befällt. Und bitte schreibt in den Kommentar. Was ich. Äh. Äh. Brauche. Oder. Wie ich. Was. Was ich machen könnte. Schaut das einfach alles in den Kommentaren. Und. Äh. Ja. Das war es auch. Bis dann. Ciao.